Es ist Zeit zu heiraten, oder vielmehr zu verheiraten. Was wir nämlich jetzt machen, ist eine Zusammenführung von verschiedenen Kennwerten und Ideen, die wir uns in den letzten Podcasts angeschaut haben. Konkret geht es um die Berechnung von Mittelwert, Varianz, Standardabweichung und auch der Quadratsumme, aber nicht aus Originaldaten, sondern aus bereits kategorisierten Daten. Wann wird sowas mal notwendig? Nun, es kommt relativ oft vor, dass wir in einem wissenschaftlichen Artikel oder in einer sonstigen Veröffentlichung ausschließlich kategorisierte Daten vorliegen haben, meistens nur in Form eines Histogramms. Solche kategorisierten Daten oder ein Histogramm liefern eine gute Übersicht über die Originaldaten, allerdings erhalten sie ja nicht alle Informationen aus diesen Originaldaten. Gehen wir noch mal kurz rüber zu unserem Beispiel der afrikanischen Internetzugänge. Wir haben hier die Originaldaten auf der linken Seite und daraus eine Klassenbildung vorgenommen, die in dieser Tabelle hier dargestellt ist. Wir haben verschiedene Möglichkeiten der Klassenbildung kennengelernt. Weg geht dabei war nur, dass wir diese Klassenbildung im Wesentlichen immer dann brauchen, wenn wir Häufigkeiten für Intervalldaten bilden wollen. Und meistens ist eine solche Klassenbildung ja nur die Grundlage für die Zeichnung eines Histogramms. Angenommen, wir sehen nun in einem wissenschaftlichen Artikel ausschließlich diese Tabelle oder eben ein Histogramm. Seltener sieht man in wissenschaftlichen Artikeln dann so Angaben wie den Mittelwert oder die Standardabweichung. Denn in aller Regel wird davon ausgegangen, dass die Häufigkeitstabelle alleine bereits genügend Informationen über die Daten liefert. Was aber ist, wenn wir tatsächlich etwas über den Mittelwert dieser kategorisierten Daten aussagen wollen oder die Varianz oder die Standardabweichung. Und zwar dann, wenn wir die eigentlichen Originaldaten überhaupt gar nicht mehr kennen. Geht das? Dazu schauen wir uns eine ganz kurze Illustration an. Angenommen, das hier ist unsere alte Variable x oder vielmehr die Skala unserer alten Variable x. Wir hätten hier vielleicht einen Skalenwert von 0 und hier einen möglichen Skalenwert von 100 und dazwischen liegen Einheiten dieser Skala. Sagen wir, das hier wäre die 10, das hier 20 und das hier 30. Nun würden wir Rohdaten, Originaldaten messen und diese Originaldaten lägen irgendwo im Bereich dieser möglichen Skalenwerte. Wenn wir nun eine Kategorisierung vorgenommen hätten, dann wüssten wir nicht viel mehr, als dass zum Beispiel über diesem Bereich von 20 bis 30 eine Histogrammsäule thront, die uns auf eine bestimmte absolute Häufigkeit dieser Gruppe hinweist. Das könnten zum Beispiel 11 Werte sein. Nun stellen wir uns vor, wir haben aus diesem Skalenbereich von 20 bis 30 der Variablen x genau einen Merkmalsträger herausgegriffen und das wäre Heinz. Heinz käme nun zu uns und würde sagen, ich weiß ja, dass ich in der Gruppe war, die Skalenwerte zwischen 20 und 30 erzielt hat, aber welchen Skalenwert habe ich denn nun genau erzielt? Und wir würden Heinz sagen, na Heinz, das wissen wir nicht ganz genau, also irgendwo zwischen 20 und 30 wirst du gelegen haben. Und Heinz sagt uns dann, ja dann schätzen Sie doch mal, wo ich war. Welchen Wert sollten wir denn dann schätzen? Machen wir diesen Bereich zwischen 20 und 30 mal ein bisschen größer. Wir wissen, dass Heinz irgendwo zwischen 20 und 30 Skaleneinheiten auf der Variablen x lag. Sollten wir ihm diesen Wert hier nennen, vielleicht 22? Oder sollten wir ihm einen sehr großen Wert sagen, vielleicht 29? Oder irgendeinen Wert dazwischen? Diese Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Und die Antwort auf diese Frage ist, wir sollten Heinz den Mittelwert nennen. Und zwar den Mittelwert des möglichen Bereiches zwischen 20 und 30, also exakt diesen Wert von 25. Warum sollten wir Heinz genau diesen Wert nennen? Wir haben gesagt, dass der Mittelwert x² genau zwei entscheidende Eigenschaften hat. Die erste Eigenschaft dieses Mittelwertes ist, dass die Summe aller Differenzen der Datenwerte x i minus x² null wird. Zusätzlich hatten wir gesagt, dass der Mittelwert der Wert ist, der die quadrierten Differenzen aller Datenwerte zu diesem Mittelwert minimiert. Das sind doch schon mal zwei sehr sinnvolle Eigenschaften. Hätten wir also sehr viele Heinzens irgendwo in diesem Bereich zwischen 20 und 30, dann sollten wir ihn allen als Schätzwert für ihren konkret gemessenen Messwert, den wir nicht mehr kennen, auf jeden Fall den Mittelwert nennen. Denn genau dieser Mittelwert ist die Zahl, bei der alle Differenzen zu ihm in der Summe 0 werden. Wir verschätzen uns also genauso stark nach unten wie nach oben und bei dem alle quadrierten Differenzen zudem minimal werden. Diese beiden Kriterien hier zusammengenommen liefern uns einen ganz guten Hinweis darauf, dass, wenn wir nicht genau wissen, welchen Wert unser konkreter Heinz hier erzielt hat, aus einem möglichen Intervall zwischen 20 und 30, dann sollten wir den Mittelwert aus diesem Intervall nehmen, denn potenziell verschätzen wir uns mit diesem Mittelwert am wenigsten. Was bedeutet das konkret für unser Beispiel? Wenn wir uns diese sieben Merkmalsträger in der ersten Klasse hier anschauen würden, dann kennen wir für keinen dieser sieben Merkmalsträger den konkret gemessenen Wert in den Originaldaten. Wir haben nur die kategorisierten Daten gegeben. Wenn wir aber schätzen sollten, dann sollten wir am besten für jeden dieser sieben Merkmalsträger genau den Mittelwert der Kategorie wählen. Genau dasselbe gilt für diese zehn Personen. Auch ihre Originalwerte kennen wir nicht. Wenn wir also schätzen sollten, welchen Wert hat denn jede dieser zehn Personen erreicht, dann sollten wir auch hier den Mittelwert aus der möglichen Kategorie Breite von 8 bis 16 wählen und so weiter für die restlichen Werte auch. Was wir hier tun würden, wäre eigentlich eine neue Datenreihe zu erzeugen, nämlich so etwas wie geschätzte Daten. Bei diesen geschätzten Daten haben wir nun wieder Merkmalsträger 1, 2, 3 und so weiter, bis wir irgendwann beim n-ten Merkmalsträger ankommen. Und für jeden dieser n-Merkmalsträger schätzen wir nun seinen Originalwert auf der beobachteten Variablen x. Wir wissen, dass für die ersten sieben Merkmalsträger ein Wert aus der ersten Kategorie gemessen worden ist. Also würden wir für die ersten sieben Merkmalsträger die Mitte der ersten Kategorie als Zahlenwerte schätzen. Der achte Merkmalsträger fällt nun schon in die zweite Kategorie. Für ihn würden wir also die Mitte der zweiten Kategorie als Zahlenwert schätzen. Das geht bis zum siebzehnten Merkmalsträger. Auch für ihn schätzen wir noch die Mitte der zweiten Kategorie. Beim achtzehnten Merkmalsträger kommen wir bereits in die dritte Kategorie. Hier würden wir die Mitte der dritten Kategorie schätzen und so weiter und so fort, bis wir irgendwann für all unsere n-Merkmalsträger in der Stichprobe einen x-Wert geschätzt haben. Für diese neue Datenreihe können wir nun ganz einfach Kennwerte berechnen, wie zum Beispiel den Mittelwert oder die Varianz s² oder die Standardabweichung s oder auch die Grundlage für die beiden vorhergehenden Maße, nämlich die Quadratsumme qs.